Haben wir eigentlich irgendwie Steaks oder was zu foodieren? Äh, also ich hab zwei Raw Beef, die müsste ich auch noch braten dann. Weil ich hab echt nichts zu essen. Aber wir hatten, hier sind noch Mellow Berries, sind da noch ein paar. So, ich schmeiß mal eben das Eisen in den Ofen vielleicht. Ähm, ja. Und ich wollte, genau, ich schmeiß mein Eisen mal dazu. Ich brate noch eben die Holzkohle weg, bevor wir die richtige reinballern. Und, äh, dann mach ich mal ne Tür. Ist ein guter Plan, oder? Gute Wahl. Gute Wahl. Gute Wahl, guter Plan. Nicht guter Wahl. So, das... Oh, da sind noch vier Äpfel. Oh, mit der Holzkohle kann man ganz schön viel Eisenbarren machen, kann das sein? Holzkohle? Mit einem Stück Holzkohle. 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 Sek, Sek. Ähm, Moment. Ich, 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 ich glaube, ich leg mich mal ins Bett. Ich stelle die Sprache mal wieder auf Englisch. Ne, auf Pirate Speak. Und jetzt... Blendet. Ja, ja, Backpack. Ist ja der Dove, da muss man das Backpack nämlich immer so auswählen und dann... Mäh. Könnte doch schlimmer sein. Ich glaube, ich spiele mal auf irgendeiner unbekannten... Auf ne unbekannten Sprache. Mhh... Türkisch. Ich spiele Türkisch. Trashpack. Dimm mir glück, glückseli. Kann man das nochmal? Jo, kann man nochmal umbedennen. Kö, kö, kömürü. Die Kohle heißt kömü, kömürü. Ja. Schön, gehen wir jetzt schlafen. Ja, ich will die Holzkohle da noch raushaben. Warte. Damit ich die kömü, kömürü reinschmeißen kann. Was, kömürü? Kömürü. Kohle. Kömürü. Hast du mir jetzt mal zu füllen? Nein. Schön. Wir haben auch nichts. Wir werden finden. Ach ja. Wir müssen Weed anbauen. Aber ich will nicht jetzt noch Weed anbauen. Weed. Ich will jetzt los. Ich will... Machen wir mal was zu full hier hin. Ich hab hier mein Trashpack. Haben wir hier nix, irgendwas zum Essen machen? Eisen. Iron Ingot. So ein Dreck. Ich mach mir dann mal jetzt ein Schwert. Um nix zu essen? Heul doch mal. So, ein Schwert. Tja, keine Ahnung. Ach, ich hol mal eben ein paar Samen, ey. Wollen wir zu full hier hin? Brauchen wir in geraumer Zeit sowieso was zu full hier hin? Hier waren auch irgendwo, hab ich noch gesehen, waren Melonen noch. Die könnte man auch noch mitnehmen. Wo waren Melonen? Hab ich doch gerade gesagt, hier irgendwo. Warum muss ich mich eigentlich immer wiederholen? Weil du toll bist. Weil du meine Stimme so geil findest, genau. Genau, deswegen. Weiß übrigens, was ist das? Ist das Eisen Gravel? Boah, du nimmst ja nicht umsonsten mit mir auf, ne? Ne, ich nehm mit dir auf, weil du mich dazu zwingst. Ja, stimmt. Ich hab die besseren Argumente. Ähm. Ich weiß nicht. Doch, da. Siehst du, hab ich doch noch Melonen gefunden. Sag ich doch. Hat die Stöhe gesagt. Das ist gut, Melonen. Die kannst du schön anpflanzen bei uns da direkt am Anfang. Mellow Berry. Sorry. Ähm. Blub, 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 blub. Möööö. Blub, blub. Blub, so. Blub. Das ist geil. Kann man einfach so rechts klicken. Das ist Kappa. Blub. Blub. Kappa? Blub. Das ist Kappa. Das ist die, ähm, Dings. Die, 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 die Dingensbumsens. Und wie kommen die dran? Ich werde jetzt einfach mal hier voll Noob-like mein Getreide anbauen. Da komme ich bestimmt dran. Blub. So. Wie viele von den Melonen-Dingern habe ich denn jetzt? 15. Ich würde sagen, ich habe erstmal genug. Hatten wir nicht von den Mellowbeeren Büsche? Ich glaube ja. Irgendwo. Warum? Weil die können wir dann aufstellen. Und können auch die wachsen. Ja. Das ist sehr gut. Die wachsen. Wie ein Auto wachsen. Ich habe Cotton Seeds, also Baumwolle. Baumwolle. Boah, irgendwie läuft das Spiel bei mir ganz komisch. Es läuft immer noch nicht so rund, ne? Ne, irgendwie nicht so. Also wenn es selbst mit Optify nicht rund läuft, dann tut es mir leid. Ganz komisch. Ganz komisch. Ich stelle mal hier Trees of Default. Vielleicht läuft das dann ein bisschen besser. Ne, läuft immer noch so komisch. Dann kann ich meine Trees auch wieder aufnehmen. Siehst du da? Ich habe da ein bisschen Getreide angepflanzt. Ja, habe ich wohl gesehen. Habe ich wohl gesehen. Bist du hier Trees of Default? Nicht auf Fast, sondern auf Fancy. Wir sollten uns schon ein bisschen mit Essen ausstatten, oder? Ja, ich habe ja jetzt Melonen. Ich wette, wir finden da irgendwo auch genug zu essen. Das ist doch immerhin Dungeon. Ich hoffe es für dich. Aber nicht, ist mir auch egal. Mir nicht. Ich bin am Verhungern. Und ich kann hier rumschleichen wie so eine Katze. Wir hätten theoretisch per Command-Block hätten wir mal einstellen können, dass wir unsere Sachen behalten, wenn wir sterben. Wäre vielleicht mal eine gute Idee gewesen. Kann man das per Command-Block einstellen? Alter, du weißt auch gar nichts. Nö, ich weiß wirklich nichts. So, also jetzt gucke ich mal. Da sind auf jeden Fall noch ein paar von den Melonen. Die nehme ich jetzt mal mit. Und ich meine, hier hatten wir irgendwo Mellow-Bären-Samen. Ja, haben wir. Oben in der Ecke. Da ist nix. In der Chest. Und da ist auch nix. Und da, Mellowberry-Busch. ist der verschollene Bruder von George W. Bush. Was haben wir hier lacht? War nicht gut? Nein, war nicht gut. War ja nicht gut. Oh Mann. Ey, Chocoloco. Chocobo. Yellow Chocobo. Wiu. Wiu. Die können übrigens coole Sachen droppen. Und zwar? Spezielles Chocobo-Leder und so. Und da kann man sich Helme von bauen. Kann man die züchten? Kann man die züchten? Ich hab ne Chocobo-Feder. Kann man die züchten? Ich weiß nicht, ob man die züchten kann. Woher soll ich das wissen? Ja, keine Ahnung. Vielleicht hast du dich informiert darüber, wenn du schon weißt, dass... Ach, ich mich informieren. Ja, das wäre mal... Ich weiß nur, es gibt Chocobo-Helme und Chocobo-Leder. Ich weiß nur, ich hab nix zu essen. Ich werd mir jetzt ne Kuh töten. Mir wurscht. Ich hoffe, ich kann die so hinpacken und die wachsen dann. Wäre super. Ich werd mir jetzt Kühe töten. Das wäre super, wenn das so ginge. Dann können wir nämlich hier schön Melo-Beeren... Oh. Hoffentlich kann ich die... Ja, sehr gut. So. Mal lecker Melo-Beeren. Melo, Melo, Melo-Beeren. Ich hoffe, man braucht kein Wasser. Aber da hinten war, glaub ich, auch kein Wasser. Soll ich mal so ein Yellow-Schocobo töten? Hab ich gerade. Hat nur ne Feder fallen lassen. Ja, meistens droppen die doch nur ne Feder, oder? Und dann gibt's diese Spezial-Eigenschaften da. Keine Ahnung. So, was meinst du? Können wir langsam los, oder? Nein, ich brauch erst was zu essen. Bevor ich nichts zu essen hab, geht gar nirgendwo hin. So, also ich hab ein Schwert. Weil ich kann nicht sprinten und das geht gar nicht. Dann mach ich für dich mal noch ein Schwert. Mit pinkfarbenem Griff. Ich brate mir gleich ein paar Steaks. So, ähm, noch was? Helm ist vielleicht zu teuer erstmal, wa? Machen wir mal Stiefel für jeden. Die sind nicht ganz so teuer. So, und so. Ist halt doof, ne? Wenn man noch nicht so viel Eisen hat. Ja, ich hab, ich hab noch welches bei. Bei mich bei. Wie viel hast du denn da noch? Ich hab jetzt 31 Barren und noch... ...paar Eisen hab ich grad abgebaut. Drei Eisenbarren noch. Okay, warte. Und ich hab für jeden von uns ein Schwert. Deins liegt hinter dir. Hier ist... ...Eisen... Ach, warum hau ich das immer in das Too Many Items-Fuck-Ding rein, ey? 31 Stück. Links oben, du Pflaume. Links oben, du Pflaume. Ist ein Knopf. Da ist ein Mülleimer drauf. Benutz den, Machenfels. Ja, turn Delete Mode on. Aber ich hab's doch off. Und ich will's nicht on-turnen. Dreck. Giving net cue infinite... ...demir külskil. Ich sag's, ich spiel auf Türkisch. Demir külskil gesi. So, also ich geb dir die jetzt, ja. 31 Barren. Kannst du erstmal ein bisschen Rüstung machen. Rüstung. Ich weiß nicht. Rüstung. So, da kommen noch 5 Barren. Die kannst du gleich hier rausfischen, weil dann kann ich da noch meine Steaks brutzeln. So, fisch dir die mal da raus. Ich fisch jetzt gerade gar nichts raus, weil ich am Bauen bin. Da liegt übrigens ein Helm für dich. Und hier liegen Stiefel für dich. Sehr toll. Ein Helm und Stiefel. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir Hosen hinbekommen. Ob das reicht. Ja, 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 ja. Ich glaub, wir kriegen komplette Eisenrüstung hin. Wobei, Brust könnte jetzt, glaub ich, schwierig werden. Oha. Oha. Ich hab noch ne große Eisenader gefunden, die ist nicht weit weg. Kann ich kurz anhauen, wenn dir was fehlt. Ein Eisenbarren fehlt mir. Ja, das ist... Ein einzigen. Dem können wir vorbeugen. Warte kurz, ich geh schnell holen. Ich hab ne Eisenader gefunden vorhin. Ich muss aber erstmal ein Bifteck essen. Ein Steak. Bifteck. Ja, Bifteck. Das weiß ich. Biftecki. Jawai, jawai. Biftecki. Ich spiel auch nur auf Türkisch, weil es uns mein Texture Pack packt. Müssen wir gleich mal auch geeken hier. Erstmal muss ich jetzt erstmal wieder hier den ganzen Scheiß. Boah, ich glaub, ich mach gleich nochmal... Ne, ich mach nochmal ne Kiste. Ich mach ne Kiste für Roherze. Okay. Das ist ein guter Plan, oder? Jo. Das ist ein guter Plan. Ach, dann mach ich gleich... Oh, scheiße. Drei, sechs, sieben, acht. Verdammt. Ist wieder zu wenig. Oder auch nicht. So, ein Eisenbarren fehlt dir, sagst du, ne? Einen Eisenbarren fehlte mir, ja. So, der ist in der Brutzelei. So, da pack ich Erze rein. Haben wir da noch Erze? Keine Ahnung, will ich jetzt nicht raussuchen. Da haben wir noch Gravel. Doing. So, da hast du den einen Barren. Blueberry, Bloom, Chocobo, Emerald, irgendwas. Danke. 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 Dann kann ich nämlich... Dann kann ich nämlich... Äh... Noch ne Chestplate für dich machen. Dann bitteschön eine Chestplate und... Bitteschön eine Hose. Danke. So, und dann sind wir da soweit. Ja, ich hab ein Schwert, ich hab Spitzhacken, ich hab Äxte, ich hab... Was zu futtern, ich hab irgendwelche Fackeln, ich hab ein Backpack. Können wir das Backpack füllen. Alles rein, was ich nicht brauche gerade. Das nehm ich im Backpack mit. Weil Sweatstone könnte ich hier lassen. Trashpack. Mein Trashpack. Guck mal, Kopfereisen ist da noch. Kann man das Backpack benennen? Ich glaub, das ging ja auch irgendwie, ne? Ja. Backpack in der Hand nehmen, Shift gedrückt halten und rechte Maustaste. Shift gedrückt halten. Ja. Hast du nicht bei dir Shift und mit irgendwas anderem getauscht? Nein. Shift ist bei mir immer noch Sneaking. Wie normal. Shift und rechte Maustaste. Warum geht er nicht bei mir? Warum geht er nicht? Schau mal, was haben wir denn da oben? Backpack in die Hand nehmen, Shift gedrückt halten, rechte Maustaste. Achso, name your Backpack. Müll. Okay. Horst. Horst, Horst. Horst Seehofer. Und kein Schlemmer. Oh, jetzt wird's schon wieder dunkel. Ich glaub, wir können noch mal schlafen gehen, bevor wir losgehen. Deutsch, Deutsch. Und dann gehen wir, dann gehen wir endlich los. Ich hab nämlich keine Lust mehr. Ich will jetzt hier, will mal was erleben. Erklebe, deutscher Land. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal nie ohne Seife waschen, nie ohne Seife waschen, nie ohne Seife waschen. Westen. Okay, Wosten. Dann ab nach Wosten. Westen, Westen. Laut der Minimap ist da Westen. Alter, hast du Säcke vor der Tür oder was? Ja. Haben wir doch dauerhaft. Haben wir doch schon mal in Vanilla geklärt, oder nicht? So, und ich weiß nicht, ob wir sprinten sollen. Ich mach's nicht. Besser nicht. Ich mach's nicht. Weil Problem an der Sache halt, ne? Wegen Essen. Schnell Hunger. Ah, Chocobo. Yellow Chocobo. Kommt schon, Papa. Oh, scheiße. Jetzt beschädige ich ja schon mein Schwert. Aber der lässt wahrscheinlich sowieso nix Interessantes fallen. Toll. Hm. Hat das so gut ist, hier oben über den Berg zu gehen? Ich weiß nicht, du. Aber die Richtung stimmt, ja. Ich hab nämlich in der Minimap die Richtung nicht mehr angezeigt. Also du musst uns leiten. Du weißt doch, du brauchst doch keine Richtung anzeigen auf der Minimap. Du siehst ja wohl die Minimap, wo oben rechts, unten und links ist, oder? Nein. Dann sind die hier mit der Richtung. Ich hab'n Kreis. Ja, hast du trotzdem oben rechts, unten, links? Nein. Boah. Nein. Einmal mit Profis. Einmal. Schade, dass du kein EVP an hast. Das wärst du jetzt mausetot. Einmal möchte ich mit Profis spielen. Wir hätten uns ein Boot machen sollen. La, 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 la. Ach, ein Boot. Ein Boot ist für Pussis. Hallo. Sieh mal schön hier in die Pfütze hüpfen. Was ist denn das da vorne? Das ist ein, äh... Oh, da nicht reingehen. Das ist, äh, Treibsand. In diese dunklen. Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. Weil wenn du da reingehst, dann, da kommst du nicht mehr raus. Da kann ich die auch nicht raus. Och, ozolot. Ozolot. Ein Apfel. Ein ozolot. Es rennt. Ey, guck mal, da oben ist ein Baumhaus. Was? Wo? Komm mal hier rüber. Bevor du weglaufst. Guck mal, hier da oben. Siehst du das? Oh, Tatsache. Wie cool ist denn das? Ist da was Tolles? Nein. Aber das ist ein gutes Zwischenquartier eigentlich. Könnte man sich ja mal markieren als Waypoint. Was war nochmal der Key für die Waypoints? M. Immer noch. M oder N? M. M wie Map. Ja, und dann musst du Options? Nee. Nein, und dann musst du rechts klicken auf die Map. Achso, Marker. Okay. Baumhaus. Marker Group all, bla bla. So, danke. Baumhaus. Toll. Warum sehe ich jetzt die Karte nicht mehr? Wollte mich eigentlich... Achso, mit N habe ich sie ausgeblendet. Ach, mit N kann man die ausblenden? M. Oh, sehr gut. Obwohl, N hat nichts an der Framerate. Kann ich sie auch anlassen. Nee, aber die ist kacke, die Map. Ich mag die nicht. Oh, Treibsand. Boah, ey, das ist ja doof. Muss man echt aufpassen mit diesem Scheiß Treibsand. Das habe ich nämlich mal leidlich festgestellt, wie ich im Solo-Modus gespielt habe. Also im Singleplayer. Da habe ich gedacht, so, ey, was ist das denn cooles? Bin da hingegangen und stecke da drin und komme nicht mehr raus. Das ist natürlich bitter, ne? Ja, das war sehr bitter. Und hier haben wir schon wieder hier Leben auffüllen. Hallo, Küchen. Die werden sterben, weil wir brauchen Fleisch. Und Schweinis. Ja, aber müssen wir mit irgendwas hauen, was war, weil die Schwerter, die wollte ich gerne. Ja, mit der Steinhacke. Muss ich halt zehnmal auf das Schwein hauen. Ich glaube, ich haue eher mit der Holzhacke. Ach, weißt du, weil wir vergessen haben, mitzunehmen, ein kraftiges Tableau. Ja, ist doch egal. Brauchen wir doch nur vier Holz für. Planken. Kriegst du doch an jeder Ecke hier. Auch in dem Dungeon? Bist du dir da sicher? Ich höre da gerade ein Evil Chicken. Und ich höre... Ich sehe das Evil Chicken. Ich sehe auf jeden Fall hier wieder Treibsand. Das ist voll tückisch platziert, Mann. Ja, das ist wirklich gemein mit dem Treibsand. Hallo. Aber einen richtigen Abenteurer stürzt das nicht ins Unglück. Ist hier irgendwas? Hallo. Ich sehe aber auch nichts auf der Map irgendwie. Die Richtung ist richtig, oder? Ja, Richtung Westen, habe ich gesagt. Richtung Westen. Ja. Also die Richtung stimmt. Also zumindest Richtung Westen, was die Map angeht. Ja, man weiß ja nie. Ich weiß ja nie, ob das auch Ingame-Westen ist. Richtung Westen! Nein, Treibsand! Nein, Treibsand! Nein, 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 Treibsand! Du bist jetzt nicht in Treibsand, oder? Doch! Und da ich nicht weiß, wo du bist, kann ich dich nicht retten. Nein, 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 nein! Da bist du. Nein, 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 nein! Verdammter Wichs! Oh mein Gott! Puh. Alter. Blöde Kuh. Du bist schollt. Ich war fleischgierig und hab nicht auf den Boden geachtet. Ach. Richtung Weste. Wäre ich da elendig verendet in dem Treibsand? Ja, wenn ich nicht gekommen wäre. Boah. Mein Retter. Evil Chicken. Treibsand da unten. Vorsicht. Ist echt übel mit dem Treibsand, ey. Der ist voll fies. Kommt man da hoch? Mein Gott. Ich sehe hier nur Bäume. Ich sehe den Wald von lauter Bäumen nicht. Ja, dann warte mal bitte kurz. Eck muss hier mal lang kommen. Wo bist du jetzt? Ach, da drüben. Da hier reden. Ich glaube, da haben wir ein NPC-Dorf. Wir haben auf der Karte was gefunden. Sieht nach dem NPC-Dorf aus. Oh. Jetzt bin ich ja mega scheiße gelaufen. Hier, glaube ich. Jetzt buddel ich mich hier durch. Pass auf, dass du mit Treibsand rutschst. Habt da jetzt davon, ihr blöden Blätter. Ich bin ja mal gespannt, ob wir da jetzt in den... Warte mal kurz die Schweine schlachten. Warte hin. Achso. Ich geh mal gucken, ob es da in den NPC-Dörfern auch irgendwas Tolles gibt. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Da kannst du bestimmt wieder Sachen gegen Immels tauschen. Wie üblich. Hier geht es nicht weiter, ey. Die Büsche sind so dicht, ne? Hey, ein Apfel. Oh, Treibsand. Vorsicht. So. NPC-Dorf ist da rechts. Oben auf dem Berg, oder was? Wenn ja, ist ja geil. NPC-Dorf auf dem Berg. Tatsache. Boah, guck dir mal das Feld an. Da hast du jetzt gleich was zu futtern.